Hallo liebe Sonja Kraus, hier ist der Fernsehkritiker. Ich habe mit diesen ganzen Krawall-Talkshows ja erhebliche Probleme, weil dort werden Menschen vorgeführt, sie werden verarscht, sie werden aufgehetzt gegeneinander, also Familienpaare werden aufgehetzt gegeneinander, das Publikum wird aufgehetzt gegen die Gäste wiederum, es wird ordentlich für Krawall gesorgt und es sind ja alles Menschen, die keinerlei Medienerfahrung haben, die waren vorher nie im Fernsehen, die wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht. Und ich kenne eine ganze Reihe von Fällen von Leuten, die an solchen Talkshows teilgenommen haben und hinterher gesagt haben, ich schäme mich zutiefst überhaupt daran teilgenommen zu haben oder ich ärgere mich zutiefst daran teilgenommen zu haben, weil wirklich sowas von gefakt wurde und auch falsch geschnitten wurde hinterher, dass eben auch wirklich ein falsches Bild entstand von der betreffenden Person. Und dann kommt eben Talk, Talk, Talk und verarscht solche Leute ein zweites Mal. Und da ist meine ganz konkrete Frage an dich, Hast du es wirklich nötig, eine solch unterirdische Sendung, die im Grunde zutiefst menschenverachtend ist, wie Talk, Talk, Talk zu moderieren?